In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt neuer Schneefall im Ländle auf. Er dauert bis Mittwochvormittag bzw. Mittag an. Es gibt jedoch nur geringe Schneemengen. Insgesamt kommen zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee zusammen. Dennoch aufgepasst, speziell in den Morgenstunden und zum Berufsverkehr. Der Schnee bleibt bis ins Rheintal auf den Straßen und Gehwegen liegen. Es besteht recht verbreitet Glättegefahr. Die Temperaturen liegen am Morgen bei minus vier Grad im Montafon und Klostertal, sowie um minus ein Grad im Rheintal. Im Laufe des Vormittags und Mittags klingt der leichte bis mäßige Schneefall ab und die Wolken lockern vor allem auf den hohen Bergen, sowie vom hinteren Montafon her rasch auf. Sonst bleibt es über dem Walgau und im Rheintal, sowie über dem Vorder- und Mittelwald oft auch am Nachmittag stark bewölkt oder hochnebelig trüb. Hier hat die Sonne kaum Chancen. Die Temperaturen erreichen zwischen 0 Grad in Bezau und Schruns, sowie plus zwei Grad in Bregenz. Auf 1500 Meter Höhe gibt es minus fünf Grad. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag klart es vorübergehend auf. Es wird kalt um die minus fünf Grad. Am Donnerstag selbst überwiegend bald wieder dichte Wolken. Bis zum Nachmittag bleibt es trocken. Danach ziehen vom Bodensee her Regenwolken auf. Achtung, anfangs ist auch Glatteisregen möglich. Die Temperaturen liegen bei plus zwei Grad. Am Freitag trüb und grau, bald regnerisch. Die Temperaturen steigen auf rund fünf Grad an. Am Samstag rasche Wetterberuhigung und tagsüber trocken. Dichte Wolken bleiben noch zurück, milde drei bis fünf Grad. Ab Sonntag Heiligabend und an den Feiertagen dann ruhiges Hochdruckwetter. Mit viel Sonnenschein, vor allem in der Höhe. Im Flachland bildet sich teilweise Nebel. Musik Mladen Musik Musik Mladen Musik Mladen Mladen Vielen Dank.